hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem video und heute ist sie finally da die sso kerze ist gerade eben angekommen frisch mit ups ist sie angekommen und wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen an was da eigentlich so alles drinnen ist als erstes haben wir diesen beutel also wir haben erst gar nicht doch der ist okay groß das wirkte gerade gar nicht so ja wir haben diesen diesen beutel der mit drin war deshalb bei jeder kerze mit drin wurde da ja dazu gesagt und dann haben wir einmal wenn man sie sehen kann haben wir hier diese kerzen einmal drin und die sind ganz schön schwer also wir haben hier diese beiden kerzen drin sind auch wirklich recht schwer die eine war schon so gut wie offen also da ist tatsächlich nämlich schon so ein bisschen das ganze hier oben aufgegangen gewesen so an dieser an diesem rand so in der art aber die eine ist schon so ein bisschen transportmäßig offen gewesen ist wie gesagt verhältnismäßig schwer jemini so so sieht die ganze dann jetzt aus so sind diese stars der kerze aus hat hier auch noch mal diese ganzen gerüche in der art so drin da seht ihr es auch noch mal was da alles drauf steht denn wir haben hier noch mal drauf stehen bewohnt safe space magical apple oh mein gott dass die kerze also ich glaube man riecht wirklich alle gerüche zusammen das leder riecht man krass eigentlich riecht man nur das leder leder mit so einer frischen note irgendwie dahinter eigentlich riecht sie nur nach schuhpolitur ich weiß nicht ich weiß nicht ob sie angebrannt anders riecht auf jeden fall könnt ihr eine dieser beiden kerzen gewinnen und die andere können wir auf jeden fall noch mal im angezündeten review machen wenn ihr davon mehr sehen wollt von der kerze schreibt mir gerne in die kommentare und dann sage ich mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal